Letztens hat der Oberschenkel von vielen Radfahren in dieser Position so wehgetan, wie wir getauscht haben. Wir haben die Hände wehgetan hier. Ich weiß nicht warum. Ich hatte hier fast einen Krampf beim Fahren von dieser Position. Wir haben die Oberschenkel vom Radfahren so wehgetan, dass diese ungewohnte Position hatte ich einen Krampf beim Fahren. Zu hoch oder? Zu hoch? Ja, zu hoch. Das habe ich jetzt fahren, aber ich dachte. So? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020